Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du kannst keinen Mann töten, der schon längst tot ist Ich habe schon viele Männer getötet, die bereits tot waren Oh nein Wir müssen hier schnell weg Wir sollten von hier verschwinden Ich weiß, wo wir hin können Bleibt uns denn überhaupt eine Wahl? Unser Freund ist sehr schwer verletzt Wenn die Wunde sich infiziert, wird es ein Ende sein Er sollte jetzt rum Es kann nur besser werden, Edward Ich dachte, ich hätte die schlimmste Zeit überstanden Niemand bringt dir bei, wie man einem anderen Menschen das Leben nimmt Aber du lernst es und Du musst damit leben Ich frage mich, wie ich mit mir selbst ins Reine kommen soll Wenn ich daran denke, was ich getan habe Wenn das nur noch die Menschlichkeit ausmachen sollte, dann Dann ist alles zu Ende Offensichtlich hat sich das Gesindel in den Wald zurückgezogen Und scheint sich im Haus einer Hexe zu verbergen Wenn man jemanden, den man liebt, vergessen will So ist es, als würde man sich an jemanden erinnern wollen, den man nicht kennt Ununterbrochen dürstet er noch Fleisch Alles andere ist wissenschaftlich nicht zu erklären Wenn Sie dieses Tagebuch lesen, ist mein Ziel erreicht Das ist Edward Youngs Geschichte Das Ende der Menschheit Das Ende der Menschheit